Weg von dem Fenster! Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Heffi, fast nicht. Die Regel. Sag sie mir.